Herzlich Willkommen zu diesem Adventskalender Türchen. Ich bin Birgit Lanz und ich bin Hypnose-Coach und habe heute ein ganz besonderes Geschenk für dich dabei, nämlich eine kurze Tiefenentspannung, Tiefenmeditation, die dich dabei begleitet, mit deiner Wunschfigur verbunden zu bleiben, noch tiefer in Verbindung zu gehen und aus der Kraft deines Unterbewusstseins deine Veränderung in dein Leben zu ziehen. Und jetzt lade ich dich ein, dir einen Platz zu suchen, an dem du dich wohlfühlst, wo du für ein paar Minuten Ruhe hast, damit du diese Zeit ganz wunderbar genießen kannst und jede Information, die dir dient, in deinem Unterbewusstsein gespeichert wird. Du kannst dich hinsetzen, du kannst dich hinlegen und machst dir richtig gemütlich mit einem tiefen Atemzug und mit deinem Ausatmen schließe deine Augen, tief einatmen und mit dem Ausatmen lässt du die Gedanken los und mit deinem Ausatmen fühlst du dich an deinem Ort immer wohler, wohliger. Dein Atemrhythmus geht in deinem eigenen Takt und du atmest tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Ich zähle jetzt bis drei. Und bei drei angekommen bist du an einem deiner Wohlfühlorte. Das kann ein Platz am Meer sein, ein Platz im Wald oder auf einer wunderschönen Wiese. Eins, du fokussierst dich auf mich und meine Worte und auf den Takt der Melodie und es gibt keine Zweifel daran, dass du dir jetzt erlaubst, noch tiefer zu sinken und deinem Unterbewusstsein die Chance gibst, auf diese wunderschöne, unbewusste, völlig leichte Art, neues Wissen in dein Leben zu integrieren. Und drei, du siehst jetzt deinen Wohlfühlort vor deinem inneren Auge. Du siehst dich dort und spürst deine Fußsohlen auf der Erde an deinem Ort. Du siehst dich um, hörst die Geräusche oder auch die Stille, die dich erwartet und es fühlt sich an, als wäre dein Alltag ganz weit weg. Du nimmst dir jetzt eine bewusste Auszeit und lässt dich tiefer in einen wunderschönen Zustand der Erholung, der Entspannung sinken. Und während du einfach nur meinen Worten und den Takt der Melodie lauscht, verblasst dein Alltag immer mehr und mehr. Es ist so, als würdest du das Licht des Alltags dimmen, sodass du immer mehr in deinem wunderschönen Körper im Hier und Jetzt ankommst. Du nimmst dir Zeit, Zeit für dich und siehst in Gedanken deinen wunderschönen Körper genau so, wie du ihn gerne hättest. Und vielleicht spürst du, dass du das ein oder andere Kilogramm weniger gerne hättest. Und trotzdem nimmst du deinen Körper für diesen Moment so an, wie er gerade ist. Deine Liebe zu dir selbst ist ein ganz kraftvolles Werkzeug, um alles andere weiter zu verändern und deine Traumfigur in dein Leben zu ziehen. Und während du das Wort Traumfigur hörst, siehst du dich bereits in deiner schönsten Kleidung. Du freust dich vielleicht schon wieder darauf, dein wunderbares Kleid zu tragen, deine eng anliegenden Jeans anzuziehen. Und du freust dich, dass du dich wohlfühlst in deinem Körper. Und dieses Bild von dir selbst verankert sich jetzt tief in deinem Unterbewusstsein, so dass du bereit bist, die nötigen Schritte zu deiner Traumfigur zu gehen. Und wahrscheinlich weißt du, welche Schritte du genau zu gehen hast. Du erinnerst dich daran, dass täglich mindestens drei Liter Wasser für dein Ziel einfach unumgänglich sind. Und der Körper braucht Wasser, um Sachen abzutransportieren. Das heißt, du entscheidest dich jetzt neu, dass du drei Liter Wasser pro Tag trinkst. Und dafür kann es gut sein, dass du dir deine Trinkmenge bereits morgens vorbereitest und bis Mittag den ersten Liter trinkst, bis nachmittags den zweiten Liter und dann bis abends den dritten Liter deinem Körper zuführst. Wasser ist lebensnotwendig für dich und deinen Körper. Während du dich wieder und immer noch an deinem erholsamen Platz warnest, erinnerst du dich, welche Veränderungen du in deinem Leben vornehmen möchtest. Vielleicht möchtest du dein Essverhalten verändern und du weißt sogar, was es braucht, damit du deinem Ziel näher kommst. Dann triffst du jetzt deine Entscheidung und diese Entscheidung formulierst du jetzt laut und positiv. Das heißt, es kann sein, ich esse ab sofort ganz gemütlich und haue gründlich oder ich esse keine Süßigkeiten mehr, weil ich weiß, dass meine Figur einfach sofort darauf reagiert oder ich esse ab sofort gesundes Obst und Gemüse, was auch immer dein Thema ist, formulier dein Ziel jetzt und verbinde dich nochmals mehr mit deiner Traum, mit deiner Wunschfigur und verbinde dich mit deinem Ziel, dass du genügend trinkst, dass du darauf achtest, wann, was und wie du bist. Und dein Unterbewusstsein speichert diese Informationen tief in dir. Es gelingt dir auch bei Festen, bei Feiern, dein Ziel im Auge zu behalten. Und es ist das Leichteste, was du je gemacht hast, an deinem Ziel dran zu bleiben, weil du bist verbunden mit deiner Vision von dir selbst. Sehr gut. Ich werde jetzt einen Moment ruhig sein und du spürst, wie schön sich dein Körper anfühlt. Wie schön du dich fühlst und welch wunderbare Sachen, welch wunderschöne Kleidung du wieder tragen kannst. Vielleicht merkst du dein Lächeln auf deinen Lippen. Dann gibst du dir selbst nochmals deine Entscheidung. Du achtest auf dich. Trinkst genügend Wasser. Trinkst genügend Wasser. Isst achtsam. Und alle nützlichen Informationen sind jetzt tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und auch wenn ich dich in Kürze wieder aus dieser kurzen, kraftvollen, tiefen Meditationkohle in dein Tagesbewusstsein bleibt diese Informationen, bleiben diese Informationen tief in dir verankert. Langsam nimmst du wieder Abschied von deinem Raum, von deinem Wunschort, von deiner kleinen Auszeit und kehrst mit fünf großen Schritten zurück an deinen Platz, in deinem Raum. Und mit jedem Schritt wird all das, was dir dient, tiefer in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Der erste Schritt. Du weißt ganz genau, dass du alles erreichen kannst, was du möchtest. Es gibt auch keinen Zweifel daran, dass du genügend bringst und dass du achtsam bist. Drei. Du bist in der Liebe zu dir, spürst, was es braucht, damit du dein Ziel erreichst. Vier. Puls und Blutdruck normalisieren sich auch für dich optimale Werte. Du siehst dich in Gedanken, in deinen Lieblingskleidungsstücken. Siehst dich, wie du jede Zelle deines Körpers spürst und sich dein wunderbarer Körper einfach fantastisch anfühlt. Und fünf. Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Alles, was dir dient, ist tief in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Und du bewegst langsam wieder deinen Körper, deine Finger und Hände, deine Füße und Zehen. Dehnst und reckst und streckst dich, so wie die Katze, bevor sie aufsteht. Und kommst wieder ganz im Hier und Jetzt an. Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt und verbunden mit deinem Ziel. Und wenn du hier tiefer eintauchen möchtest, dann besuch gern meine Website und buch dir gern einen Termin, sodass ich dir einfach sagen kann, was es braucht, damit du aus der Kraft deines Unterbewusstseins, deinem Traum von deiner Wunschfigur nochmals näher kommst. Denk dran, wie schön, dass es dich gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, wieder hören und wieder begegnen. Alles Liebe von Herzen. Alles Liebe von Herzen. Alles Liebe von Herzen.